Action! Ja, also wir sind hier in Berlin im Humboldthain, im Rosengarten und wir wollten kreativ bleiben und ja. Nicht immer im Studio hocken, sondern vielleicht auch mal ein paar Sounds aus Berlin aufnehmen. Richtig. Und wir dachten uns, dass wir mit diesen aufgenommenen Sounds Musik machen. Wir machen daraus Techno. Dann nehmen wir euch mit, zeigen euch wie wir was machen, geben euch ein paar Tipps an die Hand, was so Field Recordings angeht, damit man dann am Ende aus selbst gemachten Sounds geile Mucke machen kann. Auf geht's, würde ich sagen. Bis gleich. So, Bunkeranlage Humboldthain Flakturm. Wir nehmen den schweren Weg und zwar nehmen wir die StuFend. Ho, ho, ho. Schnell, schnell, schnell. So, wir sind jetzt hier oben auf dem Flakturm und werden mal ganz gepflegt eine Berlin-Atmo aufnehmen, um die dann unter die Kick zu legen, damit man so ein schönes Rausch, so eine Rauschbasis hat, damit das dann einfach auch ein bisschen, ja, damit es ein bisschen lebt im Track dann nachher. Einfach mal aufnehmen. ém nach unten. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, nächste Location. Wir fahren jetzt mal weiter. Wir haben den Humboldt-Hand verlassen und werden jetzt weiterfahren nach. Lasst euch überraschen. Wir haben eine coole Location für eine Bassdrum. Hoffen wir jedenfalls. Mal gucken, ob es klappt. Schöne Berliner Müllauto. Ja, wo ist der Mann da? Das sollte eigentlich unsere Bassdrum werden. Das Berghain. Aber leider ist die Tür vermolltont. 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 Und können wir da nicht mehr gegen die Tür kloppen. Wir wollten da eigentlich mal gegenballern. Pegeln. Nicht vergessen. Nicht zu laut werden. So, da sind wir wieder. Wir haben echt... Scheißwetter. Scheißwetter. Wir haben überhaupt kein Glück gehabt mit dem Wetter hier für unsere kleine Recording-Session. Aber wir haben unsere kleine Bassdrum. Ich nenne sie jetzt mal klein. Weil sie auch wirklich... Es war eben die kleine Nebentür im Bergheim gewesen oder am Bergheim. Und wir versuchen daraus eine richtig fette Bassdrum zu machen. So, wie es sich gehört. Pimp my Bassdrum. Genau. Wir pimpen die so ein bisschen. Und ja, schauen mal, was wir da rausholen können. Ja, trotz des beschissenen Wetters machen wir einfach weiter. Und lassen uns hier nicht die Kreativität klauen. Und werden wir die nächste Location ansteuern. Wo fahren wir hin? Tresor. Tresor. Also, mal gucken, was wir da so mitnehmen können. Oh, schnell ganz gehen. Zack. Dann sind wir hier beim Tresor. Tresor. Da kann man ruhig mal richtig gegenballern. Tresor. Zähne mal ruhig mal. Tresor. 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 Aufnahme läuft. Im Sack. Ja, kann losgehen. So, dann sind wir jetzt hier an der Siegessäule beim großen Tiergarten und dann gehen wir mal da rein. Okay, das sind gerade Vögel, die da hinten... Ach, wie cool war das denn. Nochmal. Ja? Ja, aber mach mich, Sebastian. Da gibt's der Gas, das muss sein. Musik So, in Berlin stehen auch jede Menge Kleidercontainer Und Briefkästen Und quietsche Briefkästen Ich könnte wetten, der quietscht Mega Sound Dann hübsche Kleidercontainer Guck mal, da Die ist doch geil Schön holzig Ja, genug aufgenommen jetzt hier Und wir fahren dann mal ins Studio Und würfeln alles zusammen Bis gleich dann mal, ne?